Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Freestart mit der Spoo. Hallo. Hallo Spoo. So, wir machen heute die Rakete und zwar die Dreier. Oh, 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 das wird eng. Aber wir dürfen es nicht verkacken, wenn wir irgendwo vor zu viel machen, dann sind wir schon am Arsch, du weißt. Das lacht sich mal richtig am Arsch. Ja, das stimmt durchaus. Deswegen, wir haben hier gleich mal. Zapp. Wir brauchen so viel, das ist unglaublich. Ist der gepresste. Kannst du hier immer noch ein paar Stahlbaden reinlegen? Ein paar, vielleicht ein paar Alu. Nehmen wir noch ein bisschen Alu. Alu. Aluminium. Aluminium. Nice. Da brauchen wir auch gleich wieder hier einen raus. Okay, da ist das. Die zwei linken sind glück. Ja, hab ich. Ist mir gerade aufgerichtet. Äh, rechten. Hier kriegen wir gepresste Dash raus. Was haben wir hier? Dorisches Eisen. Nice. Hier auch wieder. Und hier Dash. Nice. Ähm. Ansonsten läuft das hier gut. Wir brauchen, hast du noch ein paar Stahl? Algepressten Stahl. Ja, ja, ja. Ich... Zehn Stück, glaube ich. Vielleicht gerade mal reinlegen, damit es klappt. Also ich mache die Zehn für die Mitte, okay? Du machst die Zehn für die Mitte, okay? Du machst die Zehn für die Mitte, okay? Du machst die Zehn für die Mitte, okay? Du brauchst da noch mehr Stahl. Wesentlich mehr Stahl. Hol' ich mir aber kurz. Ich hol' mal kurz Stahl, das ist kein Problem. Äh... Zehn Stück. Ah ne, das sind die. Ah, da habe ich noch 46, brauchst nicht. Ich hab. Achso, hast du? Da. Alter, hast du sie? Nein. Okay. Nö, du hast wieder eigentlich so. Ja, ja, ja. Ich hab auf jeden Fall schon robuste Platten, auf jeden Fall schon acht. Also ich mach' die Zehn in der Mitte, ja? Ja, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, 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 mehr. Weil, Achtung, wir brauchen von, was ist denn jetzt hier, robuste Plattenstufe 2. Ja. Die wir aus robuste Plattenstufe 1 machen und gepresst meteorischen Eisen brauchen wir 10, 13, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 33. Und den Tier 2 oder Tier 3 jetzt? Für die Tier 3. 33 Stück brauchen wir. Ist er sicher? Äh, ja. Ja. Darfst du gerne nochmal nachrichten, aber ja. Ja, 39, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, guck doch nach. Weil, wir brauchen für die Triebwerke. Achtung. Äh, schwere Raketen finden, brauchen wir robusten Stahl. Von dem brauchen wir 4, das sind schon alleine 12. Wir brauchen in der Mitte 10, sind wir schon bei 22. Ja. So, dann brauchen wir für den schweren Raketenmotor nochmal jeweils 4, dann sind wir bei 26. Mhm. Und oben nochmal 3. Und oben 29. Okay. Leicht verrechtert. 29. Ja, trotzdem. Das heißt gepresste Dash brauchen wir und robuste Stahlplatte 2. Und die kriegen wir durch das und das. Hast du schon gepressten Meteoriten? Äh, die sind ganz rechts drücken. Nice, dann können wir die doch gleich zapp, zapp, dann läuft das auch schon. Ich habe hier einmal robuste Platten und den Meteoriten drin. Aber das ist Bescheid, das ist hier ganz rechts, gell? Jaaaa. Also da sind die 10 für die Mitte. Bla bla. Ganz links? Ja, die 10 für die Mitte haben wir dann schon. Okay. Soll es halt passen? Dann brauchen wir halt theoretisch noch 19, richtig? Ja. Richtig. Ich sollte es mir aber hinkriegen. Dann, was wir auf jeden Fall noch brauchen, was du vielleicht besorgen müsstest, wie immer, wenn es um sowas geht. Gelbe Wolle. Jaaaa. Das bräuchte wir auf jeden Fall. Okay, wir brauchen Zinn, wir brauchen Zinn. Ich sehe irgendwas bei hier unten, was benutzen kann. Nein. 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 Geil. Nichts frei, okay. Nice. Wie viel Gelbe Wolle brauchst du? Zwei. Okay, das geht. Ja. Sollten wir hinkriegen, oder? Ja. Was ist das gerade noch drin? So. Ich habe auf jeden Fall deine Zinn für die Mitte. Ja. Hast du zufällig noch? Oder warte. Ich pack dir die Wolle rein. Ja, das wäre nett. Hä, was denn jetzt? Was? Ich habe die Wolle reingepackt. Was ist jetzt? Es ist offline. Mein Strohkabel, warum? Hä? Ich habe es nicht. Jetzt soll es wieder. Jetzt morgens wieder. Hä, warum? Ich habe keine Ahnung. Komplett ausfallen. Ja, du hast wahrscheinlich randaliert. Gib es zu. Pst, verraten dich alles, bitte. So, dann brauchen wir noch fünf. Okay, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall diese... Ich hoffe, du hast die nicht verrechnet. Ich hoffe es auch gerade. 29, ja? Äh, ja. So. Ähm, du hast mir ins System reingelegt, richtig? Ja. Das heißt, wir sollten eigentlich... Die Triebwerke... Sicher, hast du mir gelbe Wolle? Ja. Ich habe keine gelbe Wolle im System. Ach so, das war, weil es offline war, ging es nicht. Jaja, jetzt ist es drin. Okay, okay, okay. Ich liebe dieses angespannte Bauen. Ja. Hau rein. Kann mir nix schön daraus vorstellen. Ich bin so gespannt, ob das... äh, passt. Was sollte eigentlich? Du hast auch nochmal nachgerechnet. Oder? Nee, ich habe dich rechnen lassen, irgendwie. Na, findest du einen Fehler. Den 10 Stück hast du schon rausgenommen, oder? Ja, die habe ich bei mir. Ah, okay. Okay. Magst du die weitermachen? Nee, du? Okay, das sind ja momentan Stufe 2. Also... Hä, die waren 3, die 10er waren schon 3. Was? Oh ja, okay. Hab nix gesagt. Äh, hast du noch 4 mit der Ohrhochste Eisen für mich, bitte? Die bräuchte ich. Ich habe noch 2. Ah, wobei, nee, passt, 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 passt. Alles gut, alles gut, alles gut. Hab nix gesagt. Don't shock me. Don't shock me. Ja, doch. Nein. Doch, doch. Du brauchst es auch. Kanister. Äh. Ach, shit, den Kanister hab ich da drin. Egal. Zwei Kanister. Nice, das passt. So, die zwei Triebwerke. Hier brauchst du. Oder? Zwei. Ach so, die beiden Booster da. Genau, die sollten wir jetzt haben. Kannst du das? Mal eine Kiste hinstellen, dass wir das irgendwo rein tun können. Nice, die haben wir. So, du wolltest es innenleben machen, richtig? Das heißt, wir haben jetzt, hast du eine Kiste hinstellt, zufällig? Oder was? Komm zur Form. Ja, kein Stress. Da. So. In vor der Bank. Das heißt, guck mal, wir haben die Kanister und wir haben das für die Mitte, richtig? Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt für unten, ähm, wo ist sie hier? Zap. Klar, die Triebwerke, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch, ähm, Stufe 3. Ich mach zwölf schon fertig, ich hau dir die rein. Ja, guck, Achtung, ich hab auch so ein bisschen fertig, okay. Wo hast du die hin? Ents ME-System. Ne, ich meinte, wo hast du die produziert? Ah, hier, okay. Also ganz rechts. Gepressen. Ne, ich hab sie grad rausgenommen. Die sind schon im ME-System. So nix, die passen. Ja, guck mal, ich hab hier noch was für dich. Achtung, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Danke, was du mir auch immer gegeben hast. Ja, immer gerne, immer gerne. So, dann geben wir es noch mal einen Zap. Ich liebe diese Anspannung. Beten du das nix wie, ich bete. Nicht nur du. Weil wir brauchen jetzt nur. Okay, zap. Wir haben einen schweren Raketenmotor. Nice. Jetzt gehen wir an das Oberteil. Hast du noch, hast du noch drei, hast du noch drei robuste Plattenstufe 1? drei robuste Plattenstufe. Ja. Nice. Einmal. Fliegen vor der Kiste. I'm sorry. Okay, alles gut, ich hab das auch in die Kiste kurz reingeräumt. Aber ich glaube, uns fehlt noch Meteorik-Dings, das scheiße. Uns fehlen auf jeden Fall noch die Triebwerke. Äh, Galactic. Ja. Und dafür brauchen wir noch ein paar. So. Haben wir auch. Wir brauchen jetzt im Endeffekt nur noch die Triebwerke. Wo man alles was draus holen kannst und schmeißen sie ins ME-System. So, Triebwerke. Zap. Galactic. Ach, was schreibe ich? Oh, Galac. Zap. 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 écump. Zap. Wir brauchen gepresst es Robuste Platten Stufe 2. Brauchen wir 2, 4, 6, 8. O ich glaube ich 6. Und Robuste Platten Stufe 3 brauchen wir auch 4, 8, 12, 16. Okay Achtung. Da ist alles drin aber ich glaube uns 4 und 2. bei mir ist keiner wussten platten drin ich probier's noch mal die mussten platten stufe 2 rein ja mich die eben gegeben wenn es im winter das waren stufe eins zwei habe ich auch eingetan sicher auf 10 sekunden die weg sind keine mussten platten stufe 2 ich habe sie doch gerade reingetragen die kook selbst wo er noch sind doch ach so die ok 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 da haben wir keine gemacht ok ok das heißt wir brauchen jetzt noch gepresste platten und jetzt gepresste von denen haben wir leider keine weg glaube ich aber da ist die raus gut ich habe alles reingetan was drin war ja ich glaube das reicht uns nicht gepresste platten wir brauchen gepresste platten das heißt wir wollen jetzt mal aluminium raus wir wollen hier noch ein bisschen gepresst stahl raus was brauchen wir alles für die stufe 2 ja die komischen die die heavy also die ein so und die aus meteorischen heißt oder aber wir haben zu wenig wir sind wieder zurück wir haben es beide ein bisschen vercheckt und haben uns beide ein bisschen erzählt aber soll jetzt eigentlich alles passen dass das eigentlich alles klappen sollte so wird das sind jetzt noch den letzten rum genau so das schmeißen wir den hier rein dann bekommen wir den auf stufe 2 wie bekommen wir nochmal stufe 3 ist gut mein hirn ist brain afk gerade in zwei jahr und die dashplatten genau die der stadt wir sind mmi i hope so oh ja da haben wir noch genug die waren einfacher nice ein rein zappt nice ok dann lasst uns dann geht das auch und der hier ist die vier ausnehmen weg mit ihr da rein ja nice das läuft doch und dann brauchen wir 10 für die 12 sollte jetzt eigentlich alles passen aus wird die rakete jetzt endlich hinbekommen daumen drücken daumen drücken daum drücken daum drücken ich drücke schon ja jetzt wieder verkacken nein jetzt muss es dann können wir uns hochjubeln wir haben jetzt 15 16 16 16 genau nice du musst noch die vier sollte jetzt alles passen achtung es war ok warte stufe 2 genau oh spoon passt ich weiß nicht aber wo habe ich einen raketenplan hin ein system kannst du mir den kurz bringen falls bei mir sein solltest ja ein bisschen zu auch man könnte uns auch die verplant eine bestehende Woodkippe nächstes das ist ja zapp 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 ich bringe hier den plan rein einlegen nice wie können sie stufe 3 ähm ähm nice das ist drin das ist drin 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 und spoo ja was du siehst we have it zum glück oh god jesus christ nice 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 so noch gleich auf fliegen aber sicher ich habe den teleporter schon zugeschmissen okay nice water alter 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 warum ob sie wollen 40 erst oh ha willst du den teleporter kurz herwerfen das bär habe ich schon musst du meinen wendern ja hab ihn hab ihn danke nice ok was bestes du guckst zum fenster raus wir sind bei 90 und 100 let's go oh ja fast 19 oh spu geh weg du stirr spu hau ab ich bin letztes mal nicht gestorben okay das ist gut oh spu 10 9 8 7 8 das ist wie silvester 3 2 1 und weg ist nice und ich gucke schön aus fenster hallo hier bin ich wo hart geht so schnell die geht so schnell spu oh 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 nice ähm wohin gehen wir ja als theorit ging es da oder hast du stufe drei wir lassen es dann mal starten let's go ach das ist wieder was mit das muss wieder der tasse drücken nicht zerstören nicht zerstören es trug es packt ich bin gelandet sowas und dieser einfach geschrottet dann es muss sicher dass wir hierhin wollen ja packt die teleporter hin mache ich und zwar astro bitteschön sollte breit sein astro chili ja das sieht ein bisschen creepy aus nur so zu deiner info kann man hier einfach so rumfliegen ja ja flieg ruhig es ist nichts hier doch 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 das muss schon richtig sein wo bist du ich bin vor der eiskugel ja ich sehe dich gerade ok was ist das hier eisenerz ja nice ich habe eisenerz hier ist astroitengestein was für das gebrauchen können ich weiß es genauso wenig willkommen auf so eine kugel sondern dunkle die groß du bist bei mir lust bist du zum blauen hingeflogen oder was da bist du okay nein du bist hier irgendwo ah da bist du okay ja da geradeaus und flieg gerade wieder zurück auf unsere insel ja ja und dann komm mit ja ich komme das ist sehr creepy oh 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 holy shit okay wir haben uns mal rein aber ich weiß wieder nicht wie es hier so aussieht oder ob wir richtig sind aber theoretisch schon ich würde erst mal sagen wir treffen uns mal kurz draußen genau hier yes und wo ist die kleines und zwar ein stück runter so genau will ich sagen jetzt fliegt sie in der richtung gewünscht auf eipel war es das für diese folge wenn es euch gefallen erzählen wir uns beim nächsten mal bis dahin haut da rein und ciao und tschüss und dann